Ja, guten Morgen liebe YouTube-Freunde. Morgens um fünf vor sieben und schon das Auto aufgebockt. Ist da irgendein Geräusch vor der Achse. Ich demontiere mal das Rad und schaue mal. Und was mir auch aufgefallen ist, jetzt aufgebockt habe ich da Spiel. Was meint ihr? Ist da was im Antrieb kaputt? Ein Gelenk oder so? Er hat ein Gelenkspiel. Bin mir da nicht ganz sicher, schreit mir doch. Ja, da demontiere ich mal das Rad. Da, hier, zwischendrin, zwischen Bremsscheibe und dem Blech, oder in der Bremsscheibe, ist ein Stein, habe ich bemerkt. Und der macht dann Geräusche. Und ich probiere jetzt den rauszunehmen. Wo ist der wohl? Der Stein, ich sehe ihn nicht mehr. Der Besserant ist schon unten rausgefallen. Ja, da ich den Stein nicht mehr sehe, montiere ich das Rad wieder. Ah, scheiße. Scheiße, der Stein ist noch drin. Oh nein, da ich dich überstellen. ja der ist noch drinnen aber jetzt stoppe ich lasse den ein bisschen drin bis da halb acht uhr gehe da schnell mal was morgen essen mein Nachbar zwei Rundballen Heu verkauft er kann auch nicht heuen es ist einfach verrückt dieses Jahr er hat ein paar Rinder und die müssen was zu fressen haben